Herzlich willkommen in der Alten Pinakothek. Mein Name ist Andreas Schumacher. Ich bin der Sammlungsdirektor der Alten Pinakothek und Sammlungsleiter für die italienische Malerei. Unter dem Titel Im Dialog mit höheren Mächten stelle ich Ihnen heute ein Altarbild der Florentiner Renaissance vor. Filippino Lippis Darstellung der sogenannten Doppelten Fürbitte. Dieses Werk eröffnet uns überraschende Einblicke in die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung der Stadt Prato in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts. Ängste und Hoffnungen, vor allem aber auch deren Kommunikation, also die Art und Weise, wie diese Ängste und Hoffnungen geteilt und mitgeteilt wurden, das sind wesentliche und sehr berührende Aspekte dieser als Motivbild angelegten Darstellung. Wir begegnen einem Kunstwerk, das auf den ersten Blick eine längst vergangene Zeit tiefer Frömmigkeit wachruft. Bei genauerer Betrachtung und mit Klärung seiner Entstehungsgeschichte offenbart das Gemälde jedoch schnell, wie viel zeitlosen Diskussionsstoff es für uns bereithält. Im Format Think and Talk widmen wir, die Kuratorinnen und Kuratoren der Alten und Neuen Pinakothek, uns gemeinsam mit ihnen der Frage, wie viel Gegenwart in der Geschichte und den Inhalten der älteren Kunst zu erleben ist. Philippino Lippi malte dieses thematisch ungewöhnliche Altarbild vermutlich im Auftrag seiner Heimatstadt Prato. Prato in der Toskana, 20 Kilometer nordwestlich von Florenz gelegen, war und ist ein Zentrum der Produktion und des Handels mit Textilien. Im Bild ist die von ihrer mittelalterlichen Befestigung umgebene Stadt mit ihren hoch aufragenden Türmen am Horizont zu erkennen. Der Bestimmungsort des großen Tafelbildes war ein Seitenaltar in der Klosterkirche San Francesco al Palco. Diese um 1494 vollendete Kirche und weitere Gebäude der auf einem Felsplateau unweit von Prato erbauten Klosteranlage deutete der Maler am linken Bildrand an. Die Landschaft, die der figürlichen Darstellung als Bühne dient, stellt zwar kein Porträt der Umgebung von Prato dar, ist aber so eindeutig definiert, dass der ortskundige Betrachter unschwer die von dem Fluss Bisenzio durchzogenen Hügel nördlich der Stadt erkennen konnte. Im Mittelgrund der Landschaft sind einige Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu sehen, die den Beistand der Gottesmutter erflehen. Maria kniet ebenso wie ihr Sohn im Bildvordergrund am Boden. Lippi zeigt sie in monumentaler, den Maßstab der übrigen Darstellung sprengenden Größe. Innerhalb der vermeintlich einfach strukturierten Komposition, in der das Dreieck der Protagonisten mit Gottvater an der Spitze den tiefen Landschaftsblick auf die Stadt umschließt, widmete der Maler dem räumlichen und gestischen Beziehungsgeflecht der Figuren sowie der Ansprache des Betrachters besondere Aufmerksamkeit. Darauf komme ich gleich zurück. Zunächst sind noch diese Informationen aus dem Archiv der Stadt Prato wichtig. Die Bürger Pratos unterstützten 1425 den Wunsch der Franziskaner Observanten, in der Umgebung ihrer Stadt eine neue Ordensniederlassung aufzubauen. So schenkte die Kommune den Franziskanern das auf der Anhöhe liegende Grundstück und als Gegenleistung vereinbarte man das stete Gebet der Ordensbrüder für Prato. Diese Tatsache ist für das Verständnis des Gemäldes insofern von besonderem Interesse, als die Fürbitte des Konvents für die Stadt und ihre Bevölkerung nachweislich auch in den folgenden Jahrzehnten ein besonderes Anliegen der Kommune war. Nicht umsonst förderte sie auch die Errichtung der Klostergebäude und die Ausstattung der Kirche, in der deshalb an mehreren Orten das Prateser Stadtwappen zu finden war. Das Werk des Filippino Lippi wird aus stilistischen Gründen in die Zeit um 1495 datiert, also nach seiner Rückkehr aus Rom, wo er seine Fresten in der Caraffakapelle in Santa Maria Sopra Minerva 1494 vollendet hatte und vor der Ausmalung der Strozzi-Kapelle in Santa Maria Novella in Florenz in den Jahren 1497 bis 1500. Da die finanzschwachen Ordensbrüder schon wenige Jahre zuvor ein bei den Brüdern Ghirlandaio bestelltes, kostspieliges Altarbild nicht ohne die spontane Hilfe der Kommune bezahlen konnten, stand hinter dem Auftrag an Lippi, der wie die Brüder Ghirlandaio zu den führenden Florentinern Meistern zählte, vermutlich nicht mehr die Ordensgemeinschaft, sondern direkt die Kommune selbst. Was war nun der Anlass für die Stiftung des Altarbildes? Vieles spricht dafür, dass die Prateser Bürgerschaft die als Motivbild zu interpretierende Darstellung um 1495 für die Klosterkirche in Auftrag gab, weil das Gebet der Franziskaner die Stadt zu diesem Zeitpunkt vor schweren Plünderungen bewahren sollte oder bereits bewahrt hatte. Denn Prato sah sich gleich zweimal sehr ernst durch die französischen Truppen bedroht, sowohl während der Invasion Ende 1494 als auch im Frühjahr des folgenden Jahres, als der französische König Karl VIII nach einem siegreichen Eroberungszug durch ganz Italien sein Heer wieder zurückführte. Der Hintergrund dieser Ereignisse war das Bündnis von Ludovico Sforza in Mailand mit Frankreich. Sforza wollte die Machtverhältnisse in Italien zugunsten des Mailänder Herzogtums verschieben und beanspruchte den Thron von Neapel, das wiederum mit den Medici verbündet war. Von Mailand aus startete Karl VIII seinen blutigen Feldzug. Nach Florenz und Rom konnten die französischen Truppen im Februar 1495 schließlich auch Neapel erobern. Zu beiden Gelegenheiten, also während des Durchmarsches wie auch während des Rückzugs der französischen Truppen, so ist schriftlich überliefert, bedachte die Kommune Prato den Konvent mit einer zielgerichteten Spende von Brot bzw. Mehl und Wein. Auch dieses Detail der Verpflichtung zur gegenseitigen Solidarität ist im Bild festgehalten. Begleitet von einem Mitbruder und den Rosenkranz betend, führt der heilige Franziskus einen Packesel zum Kloster hinauf, der in seinem Korb offensichtlich Flaschen transportiert. Das Rosenkranzgebet der beiden Franziskaner signalisiert die erwünschte Gegenleistung. Sie erbitten die Fürbitte der Gottesmutter zum Schutz der Stadt. Zurück zu den monumentalen Hauptfiguren. Die in den Bildkünsten als Heilstreppe bekannte doppelte Fürbitte wurde vor allem durch ihre Schilderung in einer im frühen 14. Jahrhundert verfassten Erbauungsschrift populär und zahlreich illustriert. Im großen Format war das Thema jedoch nicht geläufig, sodass Lippi sehr wahrscheinlich ihm bekannte, ikonografisch verwandte Werke studierte. Vor allem ein heute im Metropolitan Museum of Art befindliches Lorenzo Monaco zugeschriebenes Altarbild aus dem Florentiner Dom dürfte ihm entscheidende Anregungen vermittelt haben. Da Lippis Komposition unmittelbar dem Grundmuster dieser fast 100 Jahre zuvor vollendeten Darstellung folgt, könnte ihn sein Auftraggeber sogar auf dieses Vorbild verpflichtet haben. Das hinderte den Maler aber nicht daran, seine Ausformung des Themas auf die aktuellen Erwartungen an ein Altarbild abzustimmen. Er passte das komplexe Bezugssystem der Bildfiguren sensibel an. So zeichnet sich Lippis Darstellung gegenüber dem älteren Vorbild besonders dadurch aus, dass sie die Rezipienten der göttlichen Gnade viel stärker berücksichtigt. Gestik, Blickrichtung und Körperwendung der Maria betonen ihre Mittlerrolle. Sie empfängt zugleich die Gebete der Pratheser im Bild wie die der Gläubigen vor dem Bild und gibt sie an ihren Sohn weiter. Das lassen ihre ausgestreckte offene Hand, ihre Blickrichtung und Körperwendung klar erkennen. Der Betonung ihrer Mittlerrolle entspricht die dagegen leicht in den Bildraum zurückversetzte Positionierung der Figur Christi. Als Auferstandener demonstriert Christus sein Leiden für die Menschheit und richtet seine Bitte um deren Erlösung mit steil emporgerichtetem Blick an Gottvater. Dieser Blick, der auch den Blick des Betrachters in den Himmel lenkt, verlängert den weisenden Gestus der rechten Hand Christi, die zugleich die Aufnahme der Bitten der Gläubigen und deren Schutz signalisiert. Gottvater antwortet mit dem Segensgestus und senkt dabei sein Haupt wie auch den Blick in Richtung der Flehenden in der Landschaft. Dementsprechend ist sein Erscheinen in der Glorie auch perspektivisch dem Mittelgrund zugeordnet. Die ihn begleitenden Putti markieren mit ihrer Gestik und Mimik zusätzlich und sehr eindeutig das dichte Kommunikationsgeflecht im Bild. Das verzweifelte Hoffen auf eine überirdische, die geschickelenkende Macht, die Sehnsucht nach göttlichem Schutz und ewigem Heil, all das manifestiert sich in den Stiftungen der Pratheser für den Konvent, der wie eine Sendeeinstalt Richtung Gott über ihrer Stadt schwebt und Vermittlung verspricht. Man könnte fast von einem nüchternen Investment in einen göttlichen Versicherungsschutz sprechen, wenn da nicht auch noch die Zwiesprache mit der liebenden, schützenden Mittlerin Maria wäre. Das Flehen, dass diejenige, durch die Gott Mensch geworden ist, Unheil von den Menschen abwenden möge. Philippinos sehr ikonisches Altarbild, das für ein Werk des späten 15. Jahrhunderts auf den ersten Blick archaisch anmutet, teilt uns also sehr viel von den Nöten und Sorgen einer Stadtgesellschaft im Italien der Renaissance mit. Ist es nicht faszinierend, wie sehr die Erforschung der Hintergründe eine solche Darstellung wieder ganz unmittelbar lebendig und wirkungsvoll macht? Das Gemälde erzählt aus einer Epoche, die wir vorrangig mit dem Humanismus, mit einer außergewöhnlichen Blüte und dem Fortschritt von Künsten und Wissenschaften verbinden. Aber ein leuchtendes Gegenbild des Mittelalters war dieses Zeitalter keineswegs. Mit Seuchen und Kriegen war es oft finster und in vielen Momenten sehr lebensbedrohlich. Sind wir dem heute weit entrückt? Wohl kaum mit Blick auf die Pandemie und Umweltkatastrophen. Und vor allem angesichts der zahllosen weltweiten sozialen und militärischen Konflikte. Aktuell sogar wieder Kriegsgefahr in Europa. Wie empfinden Sie die Inhalte und die Sprache von Lippis Gemälde? Welche Botschaften sendet es in unsere heutige Welt, in Ihre Welt aus? Lassen Sie uns darüber sprechen. Nehmen Sie an unserer Diskussionsveranstaltung teil. Herzlich sind Sie dazu eingeladen, Ihre Assoziationen, Gedanken und Anregungen mitzuteilen. Auf unserer Website finden Sie alle Videos, Veranstaltungen und den Podcast zu Think and Talk. Bestellen Sie unseren Newsletter, damit wir Sie über dieses und ähnliche Formate sowie über das gesamte Programm der Pinakotheken auf dem Laufenden halten können. Und vor allem kommen Sie zur Kunst. Entdecken Sie die Originale in der alten Pinakothek. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.